Hallo, herzlich willkommen zurück bei Soul spielt mit Assassin's Creed Unity und ich befinde mich hier in unserem zweiten Gesellschaftsklub mit einer Gesellschaftsklub-Mission namens Sollen Sie Heu fressen? Schwierigkeitsstufe 2, wir legen mal los. Es ist allseits bekannt, dass Intendant Fouillon Speisen hortet und zu überzogenen Preisen verkauft. Wir haben eines seiner Lagerhäuser in Lehal entdeckt. Schaltet die Horte aus, öffnet das Lagerhaus und verschafft den Leuten so Zugang zu diesen Lebensmitteln. Der Rat. Alles klar. Da hinten haben wir auch schon einen grünen Punkt. 100 Meter. Schauen wir mal, wie wir da am schnellsten hinkommen. Wahrscheinlich über die Straßen. Den Dieb rammen. Ach, verdammt, das habe ich verpasst. So. Töten. Und sagen, da krabbeln wir erstmal nach oben. Und schauen uns das Ganze von oben an. So. Wen oder was muss ich denn töten? Da unten. Mal gucken, ob ich... Ob ich's durchs Haus gehen kann. So. Weil schließlich... Schließlich steht er da, der weg soll. Und sehr praktischerweise... Ach so. Ich muss... Ich muss alle sechs töten. Okay. Wie komme ich zum nächsten? Naja gut, dann halt... Auf die grobe Tour. Erstmal hier ein bisschen aufräumen. Und dann... Und dann ihn da. Und schwupp. Weiter geht's. Zack. Zack. Drei von sechs. Ah, da kommen welche zur Hilfe. Und dann bringen wir den mal rum. Dann schauen wir mal nach dem da unten. Zack. War das schon der, den wir brauchten? Sieht so aus. Einer ist noch übrig. So, wo steckt denn der? Gucken wir mal wieder oben. Ob wir uns nicht ganz elegant... Na gut, ich würde sagen, wir gehen mal hier durchs Fenster rein. Er ist irgendwo unter uns. Da ist er. Ah. Oh, was sollen wir denn da? Interagieren. Zeitschunk. Bloß hier ist irgendwie Sackgasse. Hier geht's nicht weiter runter. Wer mit? Dann muss ich da raus. Und da unten... wieder rein. Okay. Und zack. So, Gebiet verlassen. Das sollte nicht allzu schwer sein. Und damit haben wir's wohl geschafft. Sie sollen Heu fressen. Abgeschlossen. 800 Kohle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018